So, ich habe mir mal irgendwann gedacht, wie klingt das, was man so in der Ausländerbehörde, wenn man hinkommt und Hilfe erwartet, was man da so hört. Und da habe ich mal alle Stimmen von allen Beamten in der Ausländerbehörde zusammen gemischt und dann kam folgendes mal raus. Ich finde die meisten Dinger auf der Welt sind es aus, wenn man den Fall schon hält. Zum Beispiel ist das Leben noch zu um, dreht es einfach um, immer dreht es einfach um. Hey Frau, wie hast denn du gelacht? Russisch, alle rot, nicht jede Nacht. Aber wenn man das sehr gut kann, schau mal einander an, schau mal einander an. Immer wieder, immer weiter, immer wieder gut, 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 weißt du schon, gut. Und die grünen Wut, die uns für die Lieder sind mal wieder, immer weiter, gut, weißt du, ganz, stimmt, stimmt, stimmt. Hey groom,Bu,Bu, bu, bu, bu Hey, du darfst auch den Schensinn zu sein, wo du schon's ja sagst, sag mal nein. Wir sehen, das ist doch gar nicht recht. Man gibt dir sogar recht. Man gibt dir sogar recht. Dann brauchst du als Kumpel auch, mit einer Stolz-Beschwälter-Post. Als du Leben verbaut, dann ist es doch, und zieht man ihm die Lust, und zieht man ihm die Lust. Wenn man wieder einmal weiter, man wieder gut, gut, fertig wieder gut, hat die kleine Wut, ich würde dir sagen, wenn man weiter gut tut, ich kann nicht gut tut, na gut, du. So, die Stimme des Innenministers, eure Wahl. Und alle! Die Stimme des Innenministers, eure Wahl. 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 Applaus